Philly Stahl, eine Kärntner Erfolgsgeschichte. Mit Unternehmergeist, Innovationsoffenheit, Gestaltungskraft, aber auch durch den starken Einsatz und die hohe Motivation unserer Mitarbeiter wurde diese Entwicklung möglich. Im Unternehmensbereich Stahlprofi sind wir der größte lagerhaltende Stahlhändler in Kärnten. Mit unserem Lager sind wir Marktführer bei Baustahlgittermatten und geschnittenem oder gebogenem Bewährungsstahl. Durch die hauseigene Biegerei sind wir außerdem in Aufgabe, kommissionsbezogen zu schneiden und zu biegen. Unser Stahlprofi ist nicht nur ein verlässliches Handelsunternehmen, sondern auch ein erstklassiger Produktveredler. Hochpräzises Laserschneiden von Blechen und Rohren steht im Service Center ebenso auf der Tagesordnung wie Abkanten, Plasma und Autogenschneiden. Unsere vier Lasermaschinen der Marke Trumpf können mit dem 6 kW Laser Stahl, Edelstahl und Aluminium bis zu 6 x 2 m Größe und Blechdicken von bis zu 25 mm berührungslos bearbeiten. Der Laserstrahl liefert höchste Präzision, sodass weitere Arbeitsschritte wie Schweißen oder Montieren dadurch stark vereinfacht werden. Auch Form- und Rundrohre sowie diverse Sonderprofile können mittels modernster Lasertechnologie geschnitten werden. Das zeigt, dass die Lasertechnik im Vergleich zum Sägen, Bohren, Fräsen oder Stanzen sehr effektiv ist. Im Unternehmensbereich Dachprofi haben wir uns zu einem der größten Händler in Österreich entwickelt. Wir bieten alles aus einer Hand. Dach- oder Wandpaneele, Trapezprofile, Entwässerungssysteme, Absturzsicherungen, Dämmungen, Schneeschutzsysteme, Bleche und vieles mehr. Dieses umfangreiche Sortiment verschafft unseren Kunden einen eindeutigen Vorteil. Innovative Lösungen und der nötige Weitblick machen uns zu einem fachkundigen Komplettanbieter für Dach und Fassade. Unsere Kunden profitieren aber auch von kurzen, termingerechten Lieferzeiten. Möglich wird das durch das große Stahllager und den modernen Maschinenpark, der in Dreischichtbetrieb arbeitet. Die hauseigene LKW-Flotte bietet zusätzlich Schnelligkeit und hohe Flexibilität in der Auslieferung. Filistahl – eine einzigartige Fülle an Service- und Produktleistungen aus einer Hand.